Es war der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts und die Täter waren deutsche Kolonialtruppen. Es geht um den Genozid an den Herero und den Nama im heutigen Namibia. Wie kam es dazu und wieso brauchte Deutschland mehr als 100 Jahre, um dieses Verbrechen als Völkermord einzugestehen? Das erfahrt ihr heute. Hallo, hier ist Konstantin. Wenn die Rede von Völkermord im Zusammenhang mit den Deutschen ist, dann denken die allermeisten Leute natürlich an den Holocaust, an den einzigartigen Völkermord, der während des Zweiten Weltkrieges in Europa an den europäischen Juden stattfand und auch an die ganzen völkermörderischen Verbrechen der Nazis gegen Sinti und Roma und auch noch gegen andere Randgruppen. Aber ein Thema, das in den Medien lange Zeit so ein bisschen übersehen wurde, das sind die Massenverbrechen, die die deutschen Kolonialisten in ihrem Kolonialreich begangen haben. Und der Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia, das ist so ein Thema, das eindeutig dazu gehört. Und in den letzten Jahren wurde auch immer mehr darüber berichtet. Die Berichterstattung wurde auch ausführlicher dazu und ich möchte mich da heute dem Ganzen anschließen und ein Video darüber machen, wie es zu diesem ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts kommen konnte, als Deutschland zum ersten Mal Konzentrationslager für Menschen gebaut hat und natürlich auch, wie lange es gedauert hat, dass Deutschland sich offiziell für diesen Völkermord entschuldigt. Und der Anlass dazu ist, dass seit 2015 Verhandlungen laufen zwischen Deutschland und Namibia und es jetzt gerade so aussieht, als könnte es zu einem Abkommen kommen, in dessen Folge Deutschland offiziell eingesteht, dass es ein Völkermord durch die Deutschen war, 1904 bis 1907 und auch, dass es zu Entschädigungszahlungen kommt, die in soziale Projekte der heutigen Nachkommen fließen sollen. Das ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht danach aus, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Namibia fliegen wird, um dort um Entschuldigung zu bitten für die Verbrechen, die die Deutschen im Namen des Deutschen Kaiserreichs dort begangen haben. Und für was genau er sich da entschuldigt, was genau damals passiert ist und wie es dazu kam, darum soll es jetzt heute in diesem Video gehen. Und wenn euch solche Videos, also auch zur deutschen Geschichte, nicht nur in den Kolonien interessiert, dann lasst es mich wissen, schreibt mir gerne Kommentare auch für weitere Themenideen und vor allem abonniert doch den Kanal, ihr kriegt immer wieder mit, wenn dann solche Themen kommen und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Zuerst mal muss ich vielleicht ein bisschen was zum deutschen Kolonialismus erklären. Deutschland nahm als Deutschland erst relativ spät oder verspätet am Kolonialismus teil. Da waren andere europäische Staaten schon sehr viel früher involviert und das hat eben damit zu tun, weil es Deutschland in diesem Sinne erst ab 1871 gab. Also ab da wurde es dann ein vereinter Staat, das Deutsche Kaiserreich. Es gab davor schon mehrere kleine Kolonialversuche von einzelnen deutschen Staaten, aber das war nichts Langfristiges und es war vom Ausmaß her auch nicht mit dem zu vergleichen, was dann ab Ende des 19. Jahrhunderts passieren würde. Und die deutsche Kolonialgeschichte in Deutsch-Südwestafrika, wie es damals hieß, heute Namibia, die begann 1883 und zwar begann sie mit einem Betrug. Der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz kaufte damals Land und zwar im Gebiet der heutigen Lüderitz-Bucht, die ist immer noch heute nach ihm benannt. Und zwar kaufte er damals von den Menschen, die damals schon dort lebten, ein paar Quadratmeilen. Und hier beginnt schon dieser Betrug, diese ganze Geschichte, die mit Betrug eigentlich erst anfängt, denn er hat Quadratmeilen gekauft und dort vor Ort geläufig war eben die englische Meile und so wurde es auch vermessen. Also so ging er davon aus, dass es sein Land war zuerst. Aber es stand nicht im Vertrag drin, dass es sich um eine englische Meile handelt und er hat es dann später so ausgelegt, dass damit eigentlich eine deutsche Meile gemeint wäre. Und eine deutsche Meile, die ist etwa etwas mehr als sieben Kilometer lang und dementsprechend hat er dann nachhinein behauptet, sein Land sei 16 Mal so groß wie das, was er eigentlich gekauft hat. Und so ging das Ganze schon los. Dieser Privatbesitz, also es war ja eigentlich das Privatland von einem Tabakhändler, aber das wurde zu so einem Prestigeobjekt für das deutsche Kaiserreich, das verzweifelt versucht hat, irgendwo noch Kolonien aufzutreiben. Die meisten Teile der Welt oder Afrikas ganz speziell, waren schon von anderen Kolonialmächten erobert und wurden von denen unterdrückt. Und Deutschland wollte natürlich auch Kolonien haben. Und so kam es dazu, dass dieser Privatbesitz eines Bremer Tabakhändlers, dass der immer mehr erweitert wurde und auch immer offizieller wurde. Und ab 1884, da wurde dann die deutsche Flagge dort gehisst und das deutsche Kaiserreich hat natürlich alles unter seinen Schutz gestellt. Deswegen wurde es auch oft das Schutzgebiet genannt. Und so begann dann letztendlich das, was als Deutsch-Südwestafrika als Kolonie in die Geschichte einging. Und die ganze Herrschaft, diese ganze Herrschaftsstruktur, die war natürlich stark von Ungerechtigkeit geprägt, natürlich. Es war Kolonialismus und das ist an sich ein Verbrechen. Und es wurde immer mehr Land gekauft von deutschen Siedlern und es wurde sehr viel mit Betrug gearbeitet. Und man hat Leute um ihr Land gebracht und es wurde natürlich auch ein rassistisches Unterdrückungssystem errichtet. Und diese beiden Faktoren waren wahrscheinlich die wesentlichen Ausschlaggeber für den Aufstand der Herero und das, was dann später eben zum Völkermord an den Herero und Nama führte. Denn über die Jahre kamen immer mehr Siedler aus Deutschland in diese Kolonie, nach Deutsch-Südwestafrika und zwar Tausende. Und natürlich haben die sich direkt das beste Weideland gesichert. Und dazu muss man wissen, die Viehzucht, das war die Lebensgrundlage für die Herero und die Nama und für andere Volksgruppen dort auch. Also eine unglaubliche Bedeutung, nicht nur wirtschaftlich, auch Sozialstatus. Das war eine große gesellschaftliche Bedeutung. Also wie viel Vieh du hattest, hat darüber entschieden, was für einen sozialen Status du in dieser Gesellschaft hattest. Dadurch, dass halt eben dieses Weideland weggenommen wurde, das hat dazu geführt, dass das kulturelle, soziale Leben der Herero und Nama massivst eingeschränkt wurde. Und darüber hinaus kam es dann 1897 auch noch zu einer Rindersäuche, einer Rinderpest, die die Bestände der Herden dort auch nochmal reduziert hat. Und das hat dazu geführt, dass viele Herero gerade, dass die verarmt sind und Jobs annehmen mussten bei den deutschen Farmern, auf ihren Farmern, die letztendlich auf dem Land errichtet wurden, wo eigentlich früher die Herero ihre Herden haben grasen lassen. Und die deutschen Siedler haben diese Menschen, die Herero, extrem rassistisch behandelt und natürlich unterdrückt. Im Jahr 1900, da werten sich etwa die Einwohner von Windhoek, das ist heute noch die Hauptstadt von Namibia, Windhoek, die werten sich gegen die Abschaffung der Prügelstrafe. Denn sie haben argumentiert, und hier kommt ein Zitat, für Milde und Nachsicht hat der Eingeborene auf Dauer kein Verständnis. Er sieht nur Schwäche darin und wird infolgedessen anmaßend und frech gegen den Weißen, dem er doch nun einmal gehorchen lernen muss, denn er steht geistig und moralisch doch so tief unter ihm. Und diese Prügelstrafe, das darf man sich jetzt nicht irgendwie so, wie so ein bisschen auf die Finger hauen vorstellen. Da wurden Leute auf Bierfesse gebunden und halb tot geprügelt. Also es war nichts anderes als Folter. Und das wollten sie beibehalten. Und es waren auch noch ganz viele andere Sachen. Also Gewalt gegen Herero, so im Alltag war, das war ein Kavaliersdelikt. Vergewaltigung von Frauen der Herero wurde nicht wirklich stark verfolgt. Das war auch wieder so ein Kavaliersdelikt. Und sogar Morde an den Eingeborenen, wie sie genannt wurden, die wurden kaum verfolgt und wenn dann kaum bestraft. Also man sieht hier schon, dass in Verbindung mit dieser Zerstörung der wirtschaftlichen Grundlage durch das Wegnehmen von den wichtigsten Weideflächen, das führt eben dazu, dass so ein Volk sich irgendwann erhebt. Und genau das ist dann 1904 passiert. Im Januar 1904 kam es dann eben zum Aufstand. Zuerst der Herero. Und die Soldaten, die deutschen Soldaten, es waren nicht so viele, die in dieser Kolonie waren und für Ordnung sorgen sollten im Sinne des Kaisers, die waren ab Ende 1903 in einer ganz anderen Ecke, im Süden der Kolonie stationiert, weil sie dort einen anderen Aufstand niederschlagen mussten. Und so kam es eben, dass die Kolonie überhaupt nicht vorbereitet war auf diesen massiven Aufstand der Herero gegen diese Unterdrückung durch die deutschen Kolonialisten. Und es kam zu Angriffen auf Farmen, Eisenbahnstrecken wurden attackiert, um die Nachschubrouten zu unterbrechen, Telegrafenleitungen wurden gekappt, um die Kommunikation einzuschränken, Brücken wurden zerstört. Und bei diesen Angriffen der Herero wurden meistens so gut wie alle Männer getötet, wenn so ein Angriff erfolgreich war. Aber, und das muss man dazu sagen, Frauen und Kinder und auch Missionare, die wurden nicht angerührt von den aufständigen Hereros. Und auch interessanterweise auch nicht die Engländer oder die Buren, die vor Ort lebten. Es war also kein Aufstand gegen die Weißen, also kein rassistischer Aufstand, sondern gezielt gegen die deutsche Kolonialherrschaft. Und die Berichte über diese Angriffe, die wurden natürlich massiv aufgebauscht, also gerade von Kolonialisten oder von was man heute Lobbyisten nennen würde. Und die Herero wurden als Bestien dargestellt, die es gewagt haben, deutsches Blut vergossen zu haben. Und ein Missionar, der in Deutsch-Südwestafrika lebte, der hat im Februar 1904 geschrieben, Die Deutschen sind erfüllt von einem furchtbaren Hass und schrecklichem Rachedurst. Ja, ich möchte sagen, Blutdurst gegen die Hereros. Man hört in dieser Beziehung nichts als Aufräumen, Aufhängen, Niederknallen, bis auf den letzten Mann, kein Pardon, etc. Mir graut, wenn ich an die nächsten Monate denke. Und in Deutschland haben sich auch tausende Freiwillige gemeldet, die unbedingt in die Kolonien wollten. Ihr wisst ja, das Deutsche Kaiserreich war eine stark durchmilitarisierte Gesellschaft, Soldat zu sein, hat ein ganz, ganz hohes Ansehen. Und natürlich hat man da gewartet, dass man irgendwo zum Einsatz kommt und für Deutschland kämpfen konnte. Und da scheint sich eben genau diese Gelegenheit geboten zu haben. Und man muss sagen, der damalige Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika, Leutwein, der war nicht auf die Vernichtung der Hereros aus. Der hat Sachen gesagt, also gerade auch schon während des Aufstandes, die Aufständischen müssen wissen, dass ihnen auch noch ein Rückweg freisteht, welcher nicht auf alle Fälle zum Tode führt. Andernfalls treiben wir sie zur Verzweiflung und ein nicht enden wollender Krieg ist die Folge. Und letztendlich hat das auch die Regierung in Berlin wütend gemacht, weil die haben gemeint, wie kann man nur so nachgiebig sein gegenüber diesen Wilden, diesen Bestien. Und sie haben ihm letztendlich verboten, ohne die ausdrückliche Genehmigung des Kaisers, irgendwelche Verhandlungen mit den Hereros zu führen. Und auch schon zu diesem Zeitpunkt, während der frühen Phase des Aufstandes, kam es auch zu Kriegsverbrechen durch die deutschen Kolonialtruppen. Also es wurden auch keine Gefangenen gemacht. Und wenn irgendwelche Hereros sich ergeben haben, dann wurden sie meistens entweder direkt getötet oder durch nach einem kurzen, sage ich mal, Fake-Prozess, einem kurzen gefagten Gerichtsprozess wurden sie am nächsten Baum aufgehangen. Und diese Kriegsführung durch die Deutschen war auch damals schon so grausam, dass im Berliner Reichstag Abgeordnete der SPD dagegen protestiert haben. Der Regierung, also dem Kaiser und seinen Ministern, ging das Ganze aber noch nicht weit genug. Die wollten da ein Exempel statuieren und wollten absolute Brutalität. Und dafür haben sie sich einen Mann ausgesucht, Generalleutnant Lothar von Trothar. Der hat sich schon einen Ruf erworben, weil er in den vergangenen Jahren schon in den Kolonien Kriegsverbrechen begangen hat und Aufstände niedergeschlagen hat. Und der wurde dann als Oberkommandierender praktisch in die Kolonie Deutsch-Südwestafrika geschickt. Und damit begann dann letztendlich das, was man wirklich als den Völkermord an den Herero bezeichnen muss. Er landete in Deutsch-Südwestafrika und hat natürlich massive Verstärkung mitgebracht. Also es kamen dann Tausende und Abertausende deutsche Soldaten mit für die damalige Zeit modernen Waffen, Maschinengewehren und so weiter. Und im August kam es dann zur Kesselschlacht am Waterberg. Auf diesem Plateau hatten sich nämlich tausende Herero-Krieger mit ihren Familien und ihren Viehbeständen versammelt und von Trotha ließ sie einkesseln und mit Artillerie beschießen, mit Maschinengewehren und so weiter. Aber, und das ist das Zynische, er ließ ein paar Wege offen und zwar in die Oma-Heke-Wüste. Und das Ziel des Generalstabs, das war, und auch das hier ist wieder ein Zitat, von Trotha ließ die Wüste militärisch abriegeln, die Wasserstellen wurden bewacht, auf jeden wurde geschossen, der irgendwie Wasser trinken wollte und es sollte also kein Entkommen mehr geben. Und dazu hat von Trotha gesagt, auch das ist wieder ein Zitat, Und außerdem hat er noch dazu gesagt, ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muss. Und diese Gewalt, dieser Völkermord, der wurde dann, als dann die Nachrichten nach und nach nach Deutschland kamen, wurde der sogar Kaiser Wilhelm und seinen Reichsministern zu extrem. Die haben sich um den deutschen Ruf in der Welt gesorgt. Und man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, wo auch andere europäische Länder massive Kolonialverbrechen begangen haben. Sogar damals galt das schon als unfassbare Grausamkeit. Und letztendlich wurde von Trotha dann auch, wurden ihm die Hände gebunden, dass er diesen Völkermord in dieser Ausführung stoppen musste. Und man geht davon aus, dass von den 60.000 bis 80.000 Herero, die vor Beginn des Aufstandes dort lebten, am Ende vielleicht noch 20.000 am Leben waren. Die Mehrheit dieses Volkes wurde vernichtet und die Überlebenden oder diejenigen, die sich dann ergeben haben, als ergeben wieder möglich war, für die bauten die Deutschen dann die ersten Konzentrationslager. Die ersten KZs, KZs waren eine Erfindung der Engländer, die diese im Burenkrieg erfunden haben, um eben eine gegnerische Bevölkerung zu internieren. Und da haben die Deutschen gut aufgepasst und haben sich diese Taktik abgeschaut und haben Konzentrationslager für die Herero errichtet. Und in diesen Konzentrationslagern gab es tausende Tote durch Misshandlungen, durch Hunger, durch Krankheiten. Angehörige wurden gezwungen, die Leichen ihrer Verwandten zu kochen, um das Fleisch von den Schädeln abzuschaben, damit diese Totenköpfe nach Deutschland geschickt werden konnten, damit man da medizinisch an ihnen forschen konnte. Und diese ganzen Grausamkeiten im Krieg, in diesem Vernichtungskrieg gegen die Herero, das war sehr wahrscheinlich auch ein Grund, warum später, aber dann doch auch die Nama, ein anderer Volksstamm, sich auch gegen die deutsche koloniale Herrschaft erhoben. Und die haben ein bisschen aus der Geschichte gelernt und haben sich nicht auf eine Entscheidungsschlacht eingelassen mit den Deutschen, mit ihren überlegenen Waffen, sondern haben jahrelang einen Guerillakrieg geführt, bis etwa 1907. Also wirklich jahrelang ein Katz-und-Maus-Spiel, immer wieder Überfälle und sich zurückziehen und so weiter. Und 1907 hat man dann etwa das Land für befriedet erklärt, also dass keine Kampfhandlungen mehr sind. Und in diesem Zeitraum sind auch von den einstmals 20.000 Nama mehr als die Hälfte, also mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Und diese Ereignisse in Deutsch-Südwestafrika, was dann im Ersten Weltkrieg verloren ging, was dann später zu Südwestafrika wurde, was von Südafrika kontrolliert wurde, was heute Namibia ist, diese Ereignisse. Da hat sich Deutschland sowas von schwer getan, irgendwie sich dazu zu äußern. Erst in den 90ern, also 90 Jahre später, kam ein westdeutscher Bund oder in dem Fall ein insgesamt deutscher Bundeskanzler nach Namibia. Und Helmut Kohl hat sich aber auch geweigert, irgendwie von einem Völkermord zu sprechen und hat gemeint, es wurde ja schon ganz viel Entwicklungshilfe gezahlt, da müsste man nicht extra nochmal Entschädigung zahlen. Was aber ein Punkt ist, die Entwicklungshilfe, die gezahlt wurde, die landete gar nicht bei den Hereros, sondern bei der Regierungspartei, die hauptsächlich von einer anderen Ethnie dominiert wird, sodass die Nachfahren der beim Völkermord getöteten Leute halt zu Recht drauf plädiert haben, bei uns kam keinerlei Entschädigung an. Und erst so seit den frühen 2000ern kommt wirklich dieses Bewusstsein wieder und die Medien berichten auch mehr drüber und die Wissenschaftler sind sich da auch einig, es ist ein Völkermord gewesen und so langsam kommt dieses Bewusstsein auch in der deutschen Regierung an. 2015 hat der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert hat gesagt, ja, es war ein Völkermord und er hat unter anderem auch gesagt, wenn man vom Völkermord an den Armeniern spricht und fordert, dass der anerkannt wird, dann darf man sich als Deutschland nicht hinstellen und sagen, ja, aber das, was wir da gemacht haben, das war kein Völkermord. Und so kam es eben dann auch dazu, dass jetzt Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia laufen seit 2015 und dass es vielleicht bald so ist, dass ein deutsches Staatsoberhaupt, der deutsche Bundespräsident nach Namibia fliegt und um Entschuldigung bittet für das, was die Deutschen damals im Namen Deutschlands angerichtet haben. Wenn euch diese Themen interessieren, wie jetzt eben hier deutsche Kolonialgeschichte oder auch deutsche Außenpolitik oder auch allgemein Geschichte, dann, wie gesagt, lasst es mich wissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao.